Liebe Zuschauer, die Welt der Spiele, die Welt der Bücher, Rätselbücher, Bücher, die es zu entdecken gibt. Ich schaue mal wieder über den Tellerrand, separate Playliste und heute gibt es drei Empfehlungen. Ja, mal gespannt, ob dieses Mal auch wieder was für euch dabei ist. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, eine separate Playlist, Spielebücher, Rätselbücher, Quizspiele im Buchformat. Es gibt unheimlich viel zu entdecken und deswegen habe ich wieder drei Bücher jetzt hier auf die Liste gepackt, die ich euch unbedingt präsentieren möchte. Ja, man muss schon Fan von dem einen oder anderen Element sein, aber ich schaue gerne über den Tellerrand und dieses Format macht mir auch Spaß. Und genau deswegen präsentiere ich euch das immer mal ab und an auch als Folge. Was habe ich dieses Mal auf den Tisch gepackt? Ja, ihr merkt schon, Harry Potter ist bei uns doch sehr gefragt. Bücher sind aus dem Hause top. Ja, Frech Verlag bringt auch sehr viele Spiele raus. Die haben wirklich eine tolle Mischung. Und vielleicht war der ein oder andere ja auch schon beim Musical in Hamburg. Da wollen wir auch irgendwann wieder hin. Vielleicht waren einige von euch auch schon in London. Das ist auch ein Ziel, wo wir vielleicht irgendwann früher oder später mal schaffen, uns das live die Studios anzuschauen, weil Harry Potter begleitet uns schon. Uns seit vielen Jahren, Jan der Jörg, hat sogar das Buch, die Buchreihe gelesen. Eigentlich lese ich ja nur Anleitungen, aber auch das habe ich gelesen und die Filme geschaut. Von top gibt es jetzt einen Spiegel-Bestseller oder von der Spiegel-Bestseller-Autorin. Mein Schuljahr in Hogwarts, das inoffizielle Harry Potter-Mitmachbuch. Und bevor jetzt meine Tochter noch weiter drin rumschreibt, beziehungsweise sie hat es schon oft in der Hand gehabt, habe ich gedacht, ich stelle das euch vor. Weil hier heißt, werde selbst Hexe oder Zauberer und tauche ein in die magische Welt der berühmten Zauberschule. Marissa Hart und Anne Stettner, um jetzt auch mal diese Person zu erwähnen. Und das ist schon irgendwie faszinierend. Ich zeige euch nur Ausschnitte aus diesem Bereich, was man denn hier machen kann. Das heißt, sei es jetzt rund um das Basteln, Backen, habe ich auch schon die letzte Zeit euch einiges vorgestellt. Das heißt, da kann man auch beschriften Dinge. Manchmal notiert es meine Tochter neben dran. Genau, das hat sie nämlich auch schon entdeckt. Das heißt, es gibt hier süße Kürbis-Pasteten. Mal schauen, wer das dann am Ende ist. Gerade Kürbis trifft dann auch nicht jeden Geschmack. Oder im Hinternbereich einige Informationen zu Zaubersprüchen. Also das ist toll gemacht. Das bietet unheimlich viele Informationen. Es sind glaube ich 120, 130 Seiten. Also wirklich einiges rund um... Wo war es? Das habe ich nämlich... Honigtopf habe ich nachgelesen. Jetzt habe ich es nicht mal gefunden. Ich habe nämlich da auch schon drin rumgelesen, aber nicht beschrieben. Das war... Ich glaube, das war das Bier dann. Das hat mich dann angesprochen. Da gab es dann auch einige Informationen dazu. Also das ist auch eine ganz klare Empfehlung. Je nachdem als Geschenk. Die eine oder andere schaut ja schon auf Geburtstage oder andere Events. Aber jetzt hier sind wir dann doch verstärkt in dem Rätselbuchbereich auch drin. Auch hier wieder Harry Potter. Keine Sorge, das dritte dreht sich wieder um was ganz anders. Und auch hier das inoffizielle Harry Potter Rätselbuch von Marisa Hart, Lilian Hart und Juliane Dörstl. Viele Grüße und mit über 100 Quizfragen. Mit Bilder, Rätseln, Labyrinthen und mehr zu den bekannten Büchern und Filmen. Ja, ich durfte bisher nur lesen, weil meine Tochter ist das vorbehalten, weil sie möchte ganz klar auch das eine oder andere dann lösen, beschriften. Beziehungsweise ich bin mal gespannt, wie es das macht. Ich glaube eher, was ich jetzt schon gemerkt habe mit einem Stift, dass es dann wieder wegradieren kann. Aber es geht auch um das Entdecken. Es geht hier um die einzelnen Rätsel, die Informationen. Bunt gemischt, wirklich schön für unterwegs, für abends, je nachdem vor dem Schlafen gehen, wenn man da noch ein bisschen sich in diese Welt entdecken möchte, die aus meiner Sicht auch faszinierend ist. Da gibt es ja mittlerweile so viel. Nicht alles kann ich empfehlen, aber das, was ich jetzt hier aus dem Buch schon gesehen und gelesen habe, das ist wirklich toll gemacht. Ganz klar auch viel zu beschriften. Aber das, was ich bisher entdeckt habe, ja, zum Glück ist meine Tochter jetzt nicht gerade da. Aber da hat sie jetzt auch bisher ihren Spaß gehabt. Beziehungsweise das, was ich gelesen habe, ist auch wirklich klasse. Jetzt gibt es noch was anderes. Ich mache gerne einen Abstecher, weil ich habe euch solche Zeichenbücher auch schon vorgestellt. Rätselbücher, Zeichenbücher, ja, ich habe gedacht, ich nehme es mit auf. Weil da habe ich euch in der Vergangenheit auch schon sehr viel vorgestellt. Und ich habe jetzt nochmal ein Exemplar aus dem Hause Top, was richtig toll ist, weil meine Tochter ist auch in der Zeichen-AG dann drin. Also das macht ihr unheimlich viel Spaß. Und das Problem, was wir damals oder zu meiner Zeit gehabt haben, hat keine Vorlagen gehabt. Das Internet gab es noch nicht. Und dann musste man irgendwelche Tiere, Hände und Sonstiges zeichnen. Und man wusste nicht, wie man das am besten macht. Mittlerweile, dank Internet, gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ein Buch als Orientierung, das ist immer noch eine bessere Option. Und das merkt man insbesondere bei dieser Reihe. Hier geht es um den Zeichenbibliothek mit über 800 Skizzen, Zeichnungen, Motiven, wo man sich auch orientieren kann. Wenn, je nachdem, was für euch das ist, wenn es um Nasezeichnen geht beispielsweise oder in der Schule müssen die Kinder gewisse Dinge zeichnen, dann kann man sich auch hier orientieren. Wenn ich das zu meiner Zeit gegeben hätte, das wäre super. Und hier seht ihr auch einen Ausschnitt an gewissen Vorlagen, was den Körper dann angeht. Bunt gemischt sind auch Tiere dabei, Katzen dabei. Also wirklich für jeden. Und das ist echt schön. Nein, ich zeige euch nicht das ein oder andere Motiv, weil ich habe hier auch schon das ein oder andere Motiv liegen, wo ich probiert habe. Ich bin bei weitem nicht so gut. Aber hier hat man Orientierung. Die richten sich schon an diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Es gibt auch Bücher, wo man die Anfänge zeigt, wo man praktisch Schritt für Schritt herangeführt wird. Aber als schöne Motive, die man abmalen kann, ist das sicherlich eine tolle Orientierung. Also das ist eine weitere Option, die ihr hier beispielsweise habt. Also auch eine Empfehlung, weil hier ist wirklich alles dabei aus allen Bereichen. Das heißt jetzt der Körper, Lippen, Nase ist hier gezeigt. Hier habe ich das, habe ich gemeint. Da werden die Anfänge gezeigt, wie ihr das Stück für Stück dann weitermachen könnt. Auch hier der Kopf ist ja auch wie immer wichtig, wie die bei mir früher ausgezählt haben. Ist schon verrückt. Aber das ist eine weitere Option, die ihr habt. Das waren auch schon die drei Bücher. Wie mal wieder ein Blick über den Tellerrand. Ich weiß, es gefällt nicht jedem, aber eine bunte Mischung soll es ausmachen. Es sind ja auch teilweise Quizspiele, Quizbücher dabei und deswegen auch als separate Playlist dann angelegt. Und wer jetzt da das erste Mal reinschaut, es gibt da mittlerweile doch auch einige Videos, der schaut einfach an die Playlist. Da könnt ihr euch orientieren. Viele der Bücher gibt es schon. Da könnt ihr schauen. Ihr könnt es beim Händler holen oder beispielsweise auch gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja immer automatisch, zahlt nicht mehr. Aber das ist so wieder einen kleinen Ausblick aus der Welt der Bücher. Es bleibt spannend und ich bin mal gespannt, was ich euch das nächste Mal in dieser Welt dann präsentiere. Das war's. Ihr dürft gerne kommentieren, ob das für euch soweit passend war. Zu kurz, zu lang. Ich weiß, viele möchten es kurz halten. Manche würden es länger haben. Schwierig, es immer allen recht zu machen. Aber jetzt beschließe ich das Ganze. Sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.